Wir vom 1. FC Magdeburg haben uns dazu entschlossen, bei der Aktion Bewegung für Rheumakinder e.V. mitzumachen. Für den Monat April haben wir uns entschlossen, die gesammelten Kilometer der Mannschaftsleistungen jeweils zu spenden. Wir haben uns auf 830 Kilometer gebracht und möchten den Betrag gerne auf 850 Euro aufrunden. Dazu haben wir noch weitere Aktionen geplant, um zu helfen. Es werden auch andere Trikots zum Versteigern geben, unter anderem auch von Nadim Amiri, von Bayer Leverkusen und auch mein Trikot wird es geben. Und vom HSV haben wir auch ein Trikot. Auch mein Bruder, der bei Feyenoch mit Christian Conté, hat mir ein Trikot gegeben, um es zu versteigern. Wir hoffen mit der Aktion einfach auf diese Krankheit aufmerksam zu machen und den Kindern und ihren Familien damit zu helfen.